Peggy18 Schraubfrunden Munition Schraubfrunden Munition Schraubfrunden Munition Schraubfrunden Munition Schraubfrunden Munition Schraubfrunden Munition Ah, da hat's ja vieles Ich hab' zu lange umgespielt Aber Hauptsache, der kann Looten Ja, Looten! Loot! Ah, jetzt hab' ich endlich wieder genug Schraubfrunden Munition Gewehrmonie, Gewehrmonie Da kann ich ja das Gewehr eigentlich mal testen Die Stohle Munition Ist auch wieder voll Äh, bei mir ist alles voll Ja, also Es ist ja dunkel Was ist schon wieder T, glaub' ich? Oder ja T Das ist doch klar Oh, was? Oh! 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 Hey Sali, du! Ja! Oh! Sobald vielleicht darf, Leute, wieder? Ein paar Headshots verteilen Hey, das ist doch Eigentlich kann kein Zombie das überleben Aber Habe ich verhofft' ich ihn jetzt schon in den Kopf geschossen Jetzt packt er noch ein bisschen in der Wand Oh! Unglaublich! Ich hör' nur ein Grenadier, Basu! Das weiß ich noch! Oh! Ne Brutzel, Brutzel! Gebratene Marshmallows Wirft das nicht nach mir Schocker Oh, Muni! Oh, Medikit! Oh, es ist hier einfach dunkel Die Taschenlampe ist leer Das Rot tut mir einfach in der Auge weh Also, heute bin ich nur am Motzen Hehehe Motz, Motz Oh! Und überall hat's einfach Zombies Das regt mich auf Ich kann's nicht haben Jetzt kommen auch noch Infizierte, die in der Wand hängen bleiben Und jetzt gehe ich sie runter Und... Ja Jetzt tanze ich ihn so blöd Ich bin auch nicht Zombie, aber Knöpse Da wird nicht getanzt Und schon wieder Schläge Ist klar gewesen Und schon wieder Schläge Was stimmt hier? Was stimmt hier? Der bleibt ja noch He, jetzt nimm Du leiche Schänder Ah, Mülltonne! Ja, Motoreteile in der Mülltonne, das ist klar Ja Jetzt bin ich irgendwie schlau Nein, jetzt nicht schlau Oh, schau, da hat's etwas schlau Oh, da hat's Loot Du meinst nicht Hast du Loot gefunden? Ich will Loot Gib mir Loot Loot Ich laufe irgendwie so langsam Oder bin ich mir das einfach nicht mehr gewohnt? Laufst du auch so langsam? Ja Ich glaube, das ist normal gewesen In diesem Spiel Dass du so langsam bist Ich bin's mir einfach nicht mehr gewohnt, glaube ich Eben Zu viele andere Games Dorteile Dorteile Dreh Blablablabla Blablabla Hm, irgendwie sind irgendwie alle rüben gleich aus Ah, da bin ich ja noch nie Ich laufe im Kreis Blue Breeze event Blue Pictureovulation John McCain Das bin doch ich Das ist in Toronto Kim Face Blablabla 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 Ah, schön Sie haben alles auf die gleiche Darfläche geschrieben Also, sie haben alles nochmal auf die gleiche Darfläche geschrieben Okay Ich denke, ich habe schon mal aufgefallen, wie viele Copy-Paste sie gemacht haben Mit dem Spiel Nein Nein Ich habe mir mal meine alte Folge angeglückt Es ist recht viel Wiederholung drin, muss ich sagen Okay Ja, ja Ich fühle mich, als würde ich am Boden kleben, ehrlich Aber ganz brutal Ja Ja Ah ja, es stimmt ja, das Spiel ist schon gepatched worden Aber das Einzige, was ich nachgelassen habe, den Patch ist, dass sie John genervt haben, aber dass man langsam läuft, das ist mir nicht unter die Auge gekommen Oh Also ich habe irgendwie das Gefühl, man ist immer so langsam gelaufen Schon die ganze Zeit Ja, ich weiss, ich muss mal die Waffe upgraden Upgrade Erstmal flicken, dann kann man upgraden Der ist zu teuer Ah, da bist du schon am Spielen Oho Ist das gerade irgendwie ein bisschen hängen geblieben Oho Ist das gerade irgendwie ein bisschen hängen geblieben Was sind Fähigkeiten? Ich sehe nochmal Oh Nein Uh Ja, au Waffenstufe 4 Deine Waffenfähigkeit reduzieren Bla 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 Ich bin noch nie in eine Nachkampf bin ich schon auf Dings 10, aber Waffenstufe noch nie in eine Erst 4 Ich muss einfach mehr mit der Waffe spielen Oho Brauchst du ein Messer? Zerstörer ist Violett 45 Es ist Violett Das zweitzelteste Nicht Nein, warte, das ist nicht zweitzeltes Soweit ich mich erinnere Sind Orange die zweitzelteste Und Epic Waffe Also Waffen mit Namen Sind die seltensten Äh, fast ganz seltene Waffe Reload time ist genau gleich Mini hat weniger Genauigkeit Die macht mir schade Nehmen wir doch mal mit dir mit Tauschen wir die Waffen Laden 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 Wunderschön Äh, aber jetzt Ich hab ganz billige Schropflinte 40er 44 Jetzt hab ich 45 Die 40er kann ich keine Ahlo eigentlich Ich hab so viel Bullshit mit mir dabei Ich hab so viel Bullshit mit mir dabei Nein Und jetzt sind hier nur Zombies Wo, wo, wo kommen wir jetzt die Zombies Ups das kann doch nicht sehen dass wir wirklich so am boden klebe oder so ist es geht doch doch jetzt krieg ich scharfschütze gewährt das kostet aber verdammt viel kann momentan sein zuschuss gewährt da zieht er fressen das hätte ich ihn angeschossen ja stufe 5 boah ich hab fast kein muni mehr aber ich weiss noch dahinter hätt's muni was hätt's denn hier was hätt's denn hier jetzt eine kiste hier ist nichts grüne sachen will ich gar nicht mehr aufnehmen ich habe genug grüne sachen ehrlich was schon mit dem alkohol ok wenn man sie ja gleich vor der frage laufen ich glaube es hätte uns schon gesehen oder ich war das nicht stirb stirb doch einfach komm stirb eigentlich bist du schon tot warum stehst du noch ja komm 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 schnell nachladen bam bam headshot ich werde jetzt aber so einfach geil wie die viecher zucken wow schöner rückwärtsalter aber der hat sicher akrobat gesehen und das ein breakdance oder wie und das ein Breakdance oder wie und das ist ein Breakdance oder wie und das ist ein Breakdance oder wie Aus dem Nichts! Aus dem Nichts! Hm, Fleisch! Mh, Miet! Was machst du? Ich hab gesoffen! Ah! Alkoholiker! Nein, ist jetzt so da gewesen! Mit Alkohol? So, dann mit Alkohol! Ja! Das wäre sicher der Hit! Also, irgendwie hab ich das Gefühl, die Zuckab und so mega blöd! Wieso bleibt der jetzt einfach stehen? Äh, auch nicht! aí Woh, ho, 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 ho! S'ab und zu fliegen sie einfach mega weit weg...und einfach nüt! Einfach ab und zu nüt! wir müssen ins kino schau mir empfehlen ja bine und die mayas bina und die mayas ich habe es verstanden von server fuck me fuck with him ich habe es verstanden das fuck with him ich habe da eine schwere revolver 45 gefunden ich will verkaufen den nehme ich mit jetzt doch irgendwo eine bank oder wo ist da ist meine wo ist knabe da ist knabe hatte ich schon voll abgradet wacke dann ist sie stärker aber ich habe jetzt wieder so viel scheisse ich muss abgegeben ich habe keine kohle zu verkaufen mal warum los die jahre und sidra ich will auch ein sidra ii du weißt wie ich das meint du weißt genau wie ich das gemeint habe du jetzt nicht so was hätten sie jetzt achts heftig wo irgendwie kaugummi amine schuhe oder war es ehrlich was upgrade ich jetzt das gewehr kann ja immer noch jeder durch doch mal die stoff ich weiß nicht was ich soll abgebildet schon können oder die stohle die stohle ist zwar noch vier über pistole sechs du sieg oder 2 8 ja jetzt von ihnen wacht schön was verkauft so sieht doch schon besser aus ich habe gar keine schrott muss ich mehr fast noch zwei magazin jetzt bin ich war für stufe fünfer heil was müssen wir jetzt machen henrys lager was habe ich eigentlich alles im lager auch noch scheisse denn 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 der sound nervt also heute bin ich nur mozze hihihi hihihi was sind jetzt meine naja irgendjemandem muss ich gewescht haben geh hihihi 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 Und ich werde es verdammt, wenn ich alle anderen sterbe, verstehst du? Und das ist warum wir den Chopper nehmen von ihm nehmen. Gott, du hast nie zuhörst, hast du? Wie werden wir das Chopper übernehmen, wenn er überhaupt nicht weiß, wo wir sind? Die Aufmerksamkeit ist das einfache. Wir brauchen nur etwas auf dem Rücken, etwas, was ein viel Schmuck und ist leicht zu kontrollieren. Du schaust über das, und ich will den Rest. Es ist einfach, wir verlor die Filme hier, sie sind klein und flammable als all hell. Das ist eine gute Idee. Das bedeutet, dass wir nicht außerhalb gehen müssen, um die Dinge zu verbrechen. Aber du musst uns Jacqueline zu verbrechen, um sie zu verbrechen. Geh mit ihr. Es ist Kartana! Ich liebe Kartana! Ist das nicht mehr? Das ist wirklich so. Wir haben nur ein paar von diesen Rücken, nicht alle. Geh die Rücken auf den Rücken, so schnell wie du kannst. Ich will nicht den Chopper missen. Sag mir, wenn du bereit bist, ich will dich dort treffen. Die alte Filmrolle, die sind mit Terpentine getränkt, weil sie heben, glaube ich, besser so. Und die brennen wie zunter. Boah, da kannst du einmal mit einem Strichhölzli tragen oder hast du gerade eine riesen Flammesüli. Das ist so, als würde ich Benzin anzünden. Hey, ich will noch Dings. Es geht ja noch die Quest. Was wissen wir noch? Drei Packungen Bleichmittel, das haben wir doch. Machen wir noch von der Frau. Was haben wir noch für Quest da? Trevor Rogers, nehmen wir noch der. Ups. Bauplan kriegt man. Von wem ist das hier? Henry Boyle. Geht den Bauplan. Da gibt Granate. Und Marvin. Geht Fleischexplosion. Henry. Was ist schon wieder Henry? Henry? Henry. Henry, das ist Henry. Henry Boyle. Elektroschrott. Bauplan, fuck it. Jetzt sind wir mit dem fertig. Jetzt können wir nochmal einen jahnen. Jetzt gibt es Bauplan, Zauberstab. Geil. Was will er? Hokus pokus. Selbstmörderfleisch. Vier Stück. Der will Draht. Ich gebe ihm mal Draht. Jetzt ist der fertig jetzt. Kleine Narbe-Missionen. Also wirklich, das sind wirklich Mini-Quests eigentlich. Wasser, Leichen, Fleisch. Aber das ist wertvoll. Egal. Nehm's. Geht ihr XP. Wir schauen wer vor. Dann wird er auch schon fertig. Hei, hei, hei. Das haben wir nicht. Wann können wir noch ein bisschen? Oh, sorry. Ich weiß, soweit ich noch weiß, wenn man die Mission mit der Händlung macht, kriegt man bessere Ware im Shop. Dann gebe ich mir das mal Bleiche. Das beste Waren für Zoe. Was hat jetzt jetzt? Uh, schon violette Sachen. So, ich hätte eine neue Quest. Was will sie? 4 LP... 4000 Batterie. 4 Stück. 4 LP. 4 LP. 4 LP. 4 LP. 5 LP. 5 OP. playing eh 2 Roller Leitfähigen Draht. Leitfähigen Draht... Masch hau! Wir haben drei Glas anbelastungen... Leitfähigen? Halbleiter, Probangaschneider, Titanrohr, Schwerlastkleber, Wex... Ich hab zwei Leitfähige getraut. Ich hab... gar keins. Scheisse. Also buchen wir nur eins, ja? Hm. Also ich weiß, die sind in den Instanzen, denen. Das sind blaue Sachen. Ja. So, kann ich jetzt noch irgendwo eine Quest abgehen? So eine Mini-Quest? Hier? Nö. Oh, jetzt. Ich erinnere mich, die Erinnerung kehrt zurück. Hier, Hetz Schrotmuni. Meins. Ich fühl mich irgendwie beschiss, weil ich hier... ähm... das Kino ausraub. Naja. Geht schlimm aus. Gewicht. Ich geb mein Haar dir ein bisschen Gewicht. Ich werde alles verlieren. Nch. Hardy. Hm, Hardy. Seid ihr das? Piss. Hm? Hardy. Hardy. Meow. Ehh? PITSMITH! Nee. PITSMITH! 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 Hat er das nicht? Hm-mm. Ja, okay. Du, Gameshop, jetzt bin ich mehr so 50-50. Weißt du, 50 Cent, 50 Cent? Nein. Ich bin so mehr, äh... Gamer und YouTuber. Okay. Jetzt will der noch Batterie. Hm, Gewicht, Batterie... Was baut der wohl? Ich will es eigentlich nicht wissen. Die Mini-Quests sind noch gut. Die geben noch gute XP, oder? Ja, ich kann schon wieder aufleveln. Ich bin schon wieder halber Level, oh mein Gott. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ah, jetzt müssen wir mit Jacqueline reden. So. Aber zuerst muss ich noch skillen. Oh, ich hab keinen Plan, was ich bei der letzten Folge gesagt hab, was ich skill... Ich hab' ja auch nicht grad erst gelurkt wieder, oh mein Gott. Was mach' ich noch? Ich weiß es auch nicht. Wieso weiß ich es nicht? Ich weiß es auch nicht. Ein gegenwälter Schlagausweichen erhöht, die kritische Treffenschluss in den nächsten Angel ist. Mehr KIT? Ich hab' noch etwas angefangen, aber das hab' ich angefangen. Uh, Diamante. Was für ein ergabes Kampf. Was du findest, einfach Diamant? Ja, im Kino? Ich rede mal mit Jacqueline. 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 Ja, Jacqueline. Du kannst nicht so ernst sein. Können wir nur ein paar Wälder holen? Viele von diesen sind sehr rarer Originals. Schau, es ist unsere einzige Option. Und wir sind aus dem Zeitraum. Wir können nicht den Chopper missen. Du bist richtig. Natürlich. Ich bin sorry. Ich denke immer, wie die Welt war. Und nicht, was es war. Es gibt einige andere Zones. Ich muss einen Funsch dazu machen. So gleich geht der Woberschreie. Danke, Jacqueline. Okay. Okay. Ich sehe gerade auf der Ühr. Wie seid ihr langsam wieder? Äh... Cutte? Wollen wir dir das noch hochschleppen? Komm, schleppen wir hoch. Dann cut ich's. Es schießt mich nämlich hat Schnieder. Warum stelle ich's lieber ab. Wo gehst du hin? Ach, hier. Da gibt's noch extra wie so Pünktchen auf der Minimap. Extra für das, dass man nicht denken muss. Ja, so blöd. Ich denke lieber, auch wenn ich das nicht kann. Denken gut. Denken tut gut. Au, Kopfschmerzen. So. Und söndet uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, tschüss.